Hallo Oberösterreich! Ganz wichtig, wie könnt ihr uns jetzt am 26.09. eure Stimme geben? Ihr kommt ins Wahllokal und erhaltet aufgrund der Gemeinderatswahl und auch der Landtagsebene viele verschiedene Zettel und Kuvert. Einer davon, den darf ich euch heute sorgen, wird dieses komplexe Formular sein, was in Wirklichkeit riesengroß ist. Wir stehen am Listenplatz 6. Gebt uns hier unser Kreuz. Und wenn ihr einen von unseren netten Menschen ganz gerne habt, könnt ihr ihm auch noch eine Vorzugsstimme geben. Das ist alles, was ihr für uns machen könnt. Dankeschön, wir von MFG Österreich.